das video ja wichtige debitor lp fans dort habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt wo ist das kommentar der das kommentar alter der kommentar oder bin ich schon auf der ignore bei einigen leuten denke ich mal bin ich jetzt durch mit der schicht aber das egal so jetzt will ich mal gucken hier so das ding hier ist irgendwie eine speichereinheit die 10.000 items speichert glaube ich von thermal expansion die sollte ich mir mal angucken zinnen braucht man dafür und einmal holz okay das hat der martin p nennt er sich der hat sich das gewünscht dass ich da mal rein schaue in dieses cash teil gedöse machen wir mal einfach eichenholz nehmen wir uns hier nee 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 brauchen wir glaube ich gar nicht da müsste eigentlich brauchen wir doch baum hat er ja baumaterial doch nicht was er mit dir nicht richtig so ein eichenholz hierhin eichenholz zinn nein silber nein zinn doch so fertig ist cash gucken uns cash mal an okay das ist cash das gefällt mir nicht das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht das teil weil mal ganz ehrlich ich meine gut okay in weiler kann ich sehen 93 von 10.000 hier sehe ich aber was drin ist das gefällt mir nicht das ding ist das gefällt mir gar nicht gut pack ich hier mit rein stempel ich ab unter nett gemeint finde ich jetzt aber halt ehrlich gesagt nicht so prall ist nicht so weiß nicht gefällt mir nicht kann man nur so sagen ich habe es mir angeschaut und wer kann man dazu jetzt auch nicht sagen also wenn man vorher noch so sagt ja wie viel redstone und geil und bla aber wenn ich hier dann so reingucke wenig ist verdammt wenig und so bodenschätze da kommen die die aus rein die technisch also respekt können wir auch langsam was sony war man das ist ja standard gravel haben wir noch was noch irgendwas ach den ganzen mist muss ich eigentlich auch mal aussortieren und rumsortieren ok wir klatschen der gravel gelumpe klatschen jetzt erst mal unten drin in die gravel speicherungsgeschichte einheit wäre jenna so die habe ich schon umgestellt gehabt oder einfach nur ausgestellt ach da wollte ich ja noch ja da müssen wir noch mal sehen hier hatte ich ja gesagt hier müssen wir mal gucken wie wir das lösen und wie wir das ganze machen so dass wir von von project blue hierhin können mit einem redstone signal da habe ich jetzt aber ein problem obwohl das ist gar kein problem in der io und los geht's ne wenn man jetzt hier einfach das mal so weg schlägt und dann hier einfach mal so rein guckt wieso sind da jetzt eigentlich was ist denn daneben daneben sind doch jetzt die barrels oder daneben sind die barrels das ist richtig jetzt muss ich hier mal einmal rumlaufen genau hier sind die barrels und hier müsste eigentlich gleich genau da kommt der ofen neue fackel gesetzt so auch hier ein bisschen mehr platz hier ist der ofen müsste ich dann da müsste ich mit zwei kabel 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 sind es arbeiten was produziert er denn hier nochmal ach ja sand und gravel richtig und er darüber produziert würde glas produzieren und er hier produziert so mit ihm hier negiere ich das signal hier drunter läuft noch was zurück genau das ist für die ja und nochmal danke hier für die ganzen gates und so also hier mit not gate und weiter was ist not gate machen wir anders das müsste project red integration müsste das sein genau or gate nor gate not gate sicher dass das not gate ist aber ich bin gerade echt am überlegen ist ja ein nicht gate ja es muss ja auch dann ein nicht gate sein natürlich ist denn mit mir wie schon wieder nicht richtig so den müsste ich jetzt eigentlich so konfigurieren dann müsste das das habe ich denn jetzt in das ding ins rein gepackt hier hier habe ich jetzt einfach copper ohr reingepackt so die text 6 da ist es texas extracted ist der filter nicht eingestellt das ist der falsche oder der steht sogar auf thermal foundation hängt das vielleicht wieder oder muss das beides auf whitelist stehen okay okay es ist schon mal weg ja es ist weg geil ach jetzt ist es angekommen alles klar ja gut okay das ist ja halt ja ist halt ne pipe okay 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 so wenn ich das jetzt alles hier so rein hammer ach guck mal hier nicht mal opak habe ich die genommen ach du scheiße so nur ne server mehr belastung so der filter der sollte eigentlich aufpassen hiermit prevent over sending dass er nicht zu viel davon anfordert also so ist es zumindest gedacht ob es denn auch nachher so funktioniert ich weiß es nicht ich hoffe es nur so dann sagen wir dir du nimmst jetzt ja schon mal kupfer das ist schon mal etwas dann nimmst du zinn zinn sollst du auch nehmen silber sollst du nehmen eisen sollst du nehmen osmium sollst du nehmen gold dame gold ich wollte grad sagen das kann nicht sein da fehlt irgendwas gold soll er nehmen und ich meine glaube das sollte dann alles soweit sein was er bekommt diese kiste hier wupp dich du bekommst ferris ist klar dann bekommst du shiny und du bekommst aluminium 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 so auch der ist auf prevent ah halt 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 den müssen wir dann ja auch auf whitelist setzen ach guck mal der von wegen nein scheiße wieso was nee nein wieso 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 hä nb t muss ich doch aber gar nicht nehmen ignore mod owner ja das ist ja auch richtig use or dictionary ist ja auch richtig aber wieso hat er ihm jetzt hier das das kupfer zeugs rein geben wollen was sind das jetzt für ein quatsch ich will natürlich kein kupfer mehr in der tasche so wo gehst du jetzt hin nirgends weil du bist hier noch gar nicht aber sag mal das kann doch nicht mit dem filter zusammenhängen oder ja